Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Entladung zu einem neuen Part, Pokémon, die weiße Edition mit dem Zwergenfrust. So, wir sind hier auf der Pokémon-Liga. Ich habe gerade noch eine Animation eingespielt, weil die so episch ist. Ich finde sie episch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich mag sie. So, heute werden wir uns mal in den Kampf stürzen. Tränke und Belebe haben wir beim letzten Partien noch besorgt. Ja, wir begeben uns einfach mal in die schmerzhaften Kämpfe hier der Pokémon-Liga von Pokémon, die weiße Edition. Schwarz und weiß, um genau zu sein. Ja, sie sind sehr schmerzhaft. Es ist eine sehr schwere Top 4. Ich hoffe, mein Team ist dem gewachsen. Ich hoffe es. Ja, also wahrscheinlich ist es nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Pokémon-Liga ist ein Ort, an dem nur ein einziges Gesetz gilt. Das des Stärkeren. Und Stärke beweist man hier am besten, indem man die Top 4 und den Champ besiegt. So einfach ist das. Die Top 4 kann einen jeden Kampf zum Herausforderen. Und erst wenn du sie alle bezogen hast, gibt sich auch der Champ dir die Ehre. Aber Vorsicht, du hast erst mal die Federhandschuhe geworfen. Gibt es kein Zurück mehr, hast du erst mal die Federhandschuhe geworfen. Ich verlese mich hier am laufenden Faden. Du musst entweder alle Gefechte zu deinen Gunsten entscheiden oder durch eine Niederlage ausscheiden. Möchtest du dein Glück versuchen? Natürlich möchte ich mein Glück versuchen. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, dass mir das Glück holt ist. Nun dann, auf geht's. Hoffnung stirbt zuletzt. Auf geht's. Wir werden unser Bestes geben. Wir werden der Allerbeste sein, wie keiner von uns war. So, ich würde mal sagen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Trainer wo ist. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier gefangen. Ich kann hier nicht mehr raus. Hilfe, holt mich raus. Holt mich hier raus. Ich bin gefangen. Für seine Falle. Verdammt. In diesem berühmenden Saal hier bin ich jetzt gefangen. Ich komme hier nicht raus. Die Statue ist folgende Innschrift eingemeistert. Die Pokémon Liga ist die Heimstätte von ihrer Kraft trotzender Gegner. Im Südosten lebt jene, deren Wissen Pokémon vom Typ Geist. Ohne das Gleiche ist im Südosten nebst der umstrittene Meister des Kampf-Pokémon. In Nordwesten lebt jene, der seine Unlicht-Pokémon zu absoluten Höchstleistungen führt. In Nordosten lebt jene, welche die Pokémon vom Typ Psycho in- und auswendig kennt. Überwinde die vier Wächter mit der rechten Mischung aus Mut und Weisheit. Und der Weg zum Champ, der Pokémon hier, wird sich die eröffnen. Ähm, ja, ich würde dann mal sagen, wir machen eine ganz verrückte Reihenfolge. Wir nehmen erstmal den hier. Und dann gehen wir hier hin. Ähm, und dann würde ich mal sagen, wir nehmen sie hier. Und dann hier hin. Also, ja, von rechts nach links oben. Machen wir's. Ich betrete erstmal diesen Raum hier. Der scheint mir der letzte zu sein. Da habe ich zumindest eine Erinnerung. Bah! Meine Zunge hat sich verknotet. Ui, mechanisch hier. Und der Weg hinauf zum ersten Trainer, der Top 4. Ui, da blitzt und zischt es hier. Elektrisch aufgeladen. Es wird wohl ein aufgeladener Kampf. Ein spannungsvoller, geladener Kampf. Den haben wir doch schon mal irgendwo gesehen. Na dann, auf geht's. Kann wirklich nicht zurück. Nein, ich kann nicht zurück. Los, fahr mich zurück. Fahr mich zurück, Bahand. So, wie es aussieht, ist die außer Betrieb gesetzt. Wird nur in Betrieb gesetzt, wenn er es will. Und da werden wir uns dann wohl zurückkevaporisieren. Über diesen Knopf. Aber erstmal müssen wir ihn herausfinden. Äh, herausfordern. Das machen wir jetzt. In der Herausforderung von Top 4 Eugen. Eugen oder Eugene. Wird ja, glaube ich, Eugene ausgesprochen. Egal. Ich sag mal, es heißt Eugene. Eugene. Ist wahrscheinlicher. So, ähm, Nitro-Ladung. Ich weiß absolut gar nichts, was hier ging. Das bringt sich doch Wasser. Man wäre hier, glaube ich, am besten, oder? Die Musik ist etwas laut. Ich stelle sie mal ein bisschen leiser. Okay. Mal versuchen, das Dampfwalze zu bringen. Bestehen müssen wir hier. Ein Topf hier. Könnte knapp werden. War doch nicht der schwächste von allen. Ich denke, es war vielleicht doch der stärkste. Brandstempel. Versuchs auch das mal. Okay, das sieht knüppig aus. Oha. Da haben sie Bende schon besiegt. Max. Ähm, ja. Soviel dazu. Mit einem gut trainierten Team in die Pokémon-Liga zu gehen. Wäre sehr ratsam. Ich bin gespannt, wie ich das jetzt hier hinkriege. Somit nur einem Bende. Das stark ist uns in einem restlichen Team, das irgendwie doch sehr kacke ist. Wir müssen hier auf jeden Fall sehr weise überlegen, welche Schritte wir hier machen. Weil jeder Schritt kann zum Sieg oder zum Verlust führen. Bei mir wahrscheinlich zum Verlust. Das Lustige ist, ich muss die Topf hier schaffen, um weiterzukommen im Story-Modus. Na, das kann ja heiter werden. Ähm. Er hat einen Hebertrank. Äh, er hat einen. Er hat einen Top-Trank oder wie heißt das? Top-Genesung eingesetzt. Und das finde ich schon mal stark. Ähm, ja. Ich will nicht Mami. Ich weiß, dass das hier sehr schwer wird. Was zum... Was ist mit dieser Attacke? Nein. Seine Attacke ist sehr, sehr effektiv gegen mich. Ich hätte mein Team, ich hätte mein Team einfach mehr trainieren müssen. Auf Screen Training. Hätte ich, ja, hätte hätte Fahrradketter. Das löst wahrscheinlich darauf hinaus, dass ich es nochmal machen muss. Dass ich nach einem Verlust hier nochmal, mich ein paar Tage mal dran sitzen muss. Und ein bisschen, ja, trainieren muss. Ein Volltreffer. Okay, das kommt mir gelegen. Ein Volltreffer. Ja, ein Dampfwalzer. Kann er auch. So, bringt aber nicht so viel. Zumindest gerade nicht. Feuersäule. Vielleicht besiegen wir den ersten zumindest mal. Mit dem ersten Trainer vielleicht auch mal das erste Pokémon als ersten Zug. Wer weiß, ob wir den nächsten schaffen. Mein Ziel ist es jetzt als allererstes mal den hier zu besiegen. Den Jujin. Wie es weiter geht, ist dann, ja, das Problem vom nächsten Part, von Zukunfts-Zwecki. Boah, der mit seinen Top-Genesung. Ach du Scheiße. Ich werde in diesem Part nur zwei erschaffen. Und den Rest muss ich dann im nächsten Part machen. Falls ich überhaupt zwei erschaffe in diesem Part. Mal schauen, wie es läuft. Nitroladung. Vorher gehen meine AP alle. Meine Attackenpunkte. Weil der sich immer wieder selbst heilt und ich dann irgendwann keine Attacken mehr einsetzen kann. Zum Glück habe ich AP-Heiler drin, die meine AP auffrischen. Das heißt also, ich habe sie nichts drin. Tja, ich habe zumindest nicht darauf geachtet, welches zu kaufen. Also, wenn, dann habe ich zwei, drei Typen davon. Und natürlich ist kein Platz mehr auf der Specherkarte, sodass ich erstmal noch was löschen muss. Alles klar. Ich will eigentlich meinen John wieder beleben. Weil das ist das einzig klugste. Aber ich würde es natürlich vielleicht mal mit Fliegen ausprobieren. Vielleicht bringt das ja auch mal irgendwas. Ich weiß nicht, ob es so einen harten Steingritz gibt. Und das überhaupt was bringt. Ja, irgendwas scheint es zu bringen. Aber Steinhaare. Hm? Ich habe Angst. Ja, zu Recht. Ein bisschen was hat es gemacht, aber zu viel hat es dann doch nicht gemacht. Hättest du den mal ganz abgezogen. Das ist jetzt. Jetzt setzt er wieder einen Tank ein und dann war es das. Ach, den haben wir übrigens zwischendurch entwickelt. Ob im letzten Part oder irgendwie davor. So zwischendurch haben wir den mal entwickelt. Den mit Ben mal wieder beleben. Ach du Schan, das kann ja spaßig werden hier. Mit denen kämpfen. Ich sehe ja schon, wie lustig das gerade wird. Ben wieder beleben. Nochmal mit einem Trank. Keeper Trank. Ja, nice. Ähm. Mein restliches Team kann halt absolut ja nichts. Es ist sozusagen unbenutzbar. Ich muss sozusagen die Top 4 mit einem Pokémon schaffen. Das geht. Das kann man machen. Haben schon Leute gemacht. Aber auch nicht unbedingt die Pokémon Top 4 in dieser Region. Also von Pokémon Schwarz und Weiß. Die ist jetzt hier ein bisschen ungeeignet dazu. Wie schon. Okay, den ersten haben wir besiegt. Das ist schon mal ein halber Erfolg. Ein Teil der Erfolg, sage ich es mal so. Ein Hyperpunk auf Lutz verschwenden. Ich weiß, das wird nicht verschwendet. Es ist wirklich verschwendet und würstlich. Heimzahlung. Wofür denn bitte eine Heimzahlung? Ich habe doch ja nichts gemacht. Außer deinen Kumpan besiegt. Ja, lässt mich nicht hier einsetzen. Gar nicht erst einsetzen lassen. Okay, ich habe es ja auch nicht erwartet. Du nutzt irgendwas leisten zu können hier. Im Kampf. Was? Eugene zieht sie zurück. Wer wird denn jetzt in den Kampf geschickt? Na klar, noch so ein Brocken. Ist klar. Nee, ist klar. Dass der mehrere von diesen Brocken hat. Das ist jetzt Karadonis. Alter Schwede, ich habe keinen Bock mehr. Vor allem auf diese Steinviecher. Die sind so Hardcore. Was ist mit denen? Ich will auch so einen im Team haben. Wo konnte ich mir den nochmal fangen? Der ist so scheißen schwer. Okay, den habe ich jetzt gut besiegt. Dafür Brandstempel verbraucht. Die Schuhen. Okay, geht her. Hoffentlich ist die leichter zu besiegen. Oh Mist. Das wäre ein Action-Geladener. Und sehr stressige Parts jetzt hier. Drei Parts. Also, zwei für die Top 4. Jeweils. Jeweils zwei. Also, jeweils zwei in einem Part. Und dann ein Part für den Champ. So war es traditionell. Bei Pokémon in der Sonne habe ich das ein bisschen anders gemacht. Bei Pokémon in Sonne habe ich das ein bisschen anders gemacht. Da habe ich den ganzen Topf hier in einen Part gepackt, weil es auch das letzte war. Weil es dann auch wirklich das Ende war. Aber hier geht es danach weiter. Deshalb würde ich das ungern in einen Part packen. Und deshalb taste das lieber in drei Parts drauf. Ach du nein. Scheiße. Was ist denn das wieder für ein Koloss? Nein. Meistergriff. Und besiegt. Ben. Jetzt habe ich nur noch Klick hier. Also, den habe ich auch nicht entwickelt. Der hat so schöne Weiterentwicklungen. Ich hätte mal trainieren müssen. Ah, das hätte ich gern gezeigt. Ich. Toll. Es ist so schade. Hammerarm. Okay, jetzt bin ich erledigt. Okay, Ben ist jetzt nur noch mit einem Bläber. Dran. Vielleicht kann er sich ja selbst heilen. Ach du Schande. Jetzt weiß, was der Begriff Ach du Schande bedeutet. Okay, er ist gleich Level 52. Wenn er es schafft. Wenn. Super Tank. So viele Pokémon hat es das Gegenüber denn noch? Hammerarm. Ach du Scheiße. Ich habe Angst vor dieser Attacke. Stehenbleiben. Ich kann doch hier nichts einsetzen. Das ist das letzte Pokémon. Ach du Schande. Ach du Schande. Ich habe Angst. Kontrolladung. Komm lass es wirken. Lass es einfach wirken. Lass es. Tolle Abziehen. Ah. Ich bin tot. Nice. Das war so knapp. Noch das letzte Pokémon hier. Dann wurde besiegt. Nein. Das will ich jetzt kein kampfliches Pokémon mehr. Wir tun jetzt mal so als hätten wir den besiegt und versuchen uns mal an einem anderen Trainer. Ich weiche mal ein bisschen vom Plan ab und versuche mich mal hier rein. Versuche mich an dem Trainer hier oder an der Trainerin. Ja Hauptsache wir schaffen heute zwei erschaffen in Anführungszeichen. Wir machen heute zwei Arena Leiter Kämpfe. Ich mache das dann auf zu gehen. Ich bekämpfe die zwei dann auf zu gehen. Und ja. Vielleicht steigt meine Kraft durch diesen Kampf ja auch. Und dann bin ich vielleicht kräftig genug, um dann die letzten zu besiegen. Aber ich mache einfach die Kämpfe und offscreen mache ich das dann fertig, sodass ich zum Champ kann. Ist zwar ein bisschen geschummelt, aber los geht's. Was zum Kuckuck? Wer bietet die Du-Dreistigkeit, mich bei meinem wohlverdienten Schönheitsschlaf zu stören? Ja. Du scheinst mir ein starker Trainer zu sein, der es versteht. Stärke und Sanftmut zu vereinen. Aber spaß an mir bitte. 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 Ein langweiliges Duell. Ich kann meinen Gänen doch jetzt schon nicht kaum noch unterdrücken. Naja also. Langweilig wird dieses Duell auf keinen Fall. Auch für mich nicht. Also bitte. Hermit ist ein Pokémon. Kanzlea heißt die. Und habe ich mich da verlesen. Zytonen. Zytomega. Okay. Da scheint zumindest ein bisschen lechter auszusehen. Nitro Ladung. Ich versuche es mal damit. Attacke. Okay. Das ist gut. Und das scheint ein leichterer Kampf zu sein. Es ist ja hier nur wichtig, dass ihr seht, wie man es bekämpfen könnte. Wie man die Anerländer schaffen könnte. Ich habe ja auch den letzten schon bis auf das letzte Pokémon besiegt. Das war ja jetzt schon fast geschafft. Und da fehlt ja nur noch ein paar KP. Also ich bitte euch. Das hat sich fast geschafft. Ich habe es jetzt offscreen drei, vier Mal versucht. Den Typen zu besiegen, aber der liebe Eugene, der will halt von mir nicht besiegt werden. Und da muss ich erstmal noch ein bisschen an Kraft dazu gewinnen, bevor ich ihn dann eindeutig besiegen kann. Vielleicht geht das ja bei diesen Kämpfen hier. Was war denn jetzt los? Nur ein KP noch übrig geblieben. Was? Was ist denn jetzt passiert? Daran wird es doch nicht gelegen haben. Jetzt habe ich Karo geschlagen. Hier sind wir noch beim ersten Pokémon hier. Komm, einmal ein Knirscher hier. Ach, top Genesung. Ja, da war ja was. So was gibt es ja auch noch im Kämpfen in der Top 4. Knirscher wird jetzt nicht sehr viel bringen. Einen Belieber auf Ben. Ben hat es viel erholt. Naja, wie erholt sieht es anders aus, aber... Ach du Scheiße. Ich will das nicht mehr sehen. Ich will diese Kämpfe nicht mehr. Diese ekelhaften Kämpfe nicht mehr haben hier. In der Top 4. Ich will wieder mit Topia aufnehmen. Ich will mit Topia aufnehmen. Das ist deutlich entspannter. Es ist doch hier ekelhaft. Diese Kämpfe. Psychokinese. Ja, das ist auch ekelhaft. Was zum... Ich glaube es nicht. Können die da irgendwas rütteln? Können wir was machen? Glückstrahlen könnte eventuell was bringen. Ähm, ja. Rein eventuell. Also nur rein theoretisch. Und ich sagte, der Kampf ist leichter. Ähm... Soviel dazu. Und soviel dazu. Beleber. Und Ben. Ben ist das einzig nutzbare Pokémon. Es ist gerade absolut nicht verwendbar. Das restliche Team. Außerdem nutzt es hier. Der scheint es halbwegs drauf zu haben. Der ist schon level 42. Der hat es irgendwie drauf. Also hält auch eine Attacke aus. Also ein bisschen was hat er drauf. Aber der Rest, hm. Nies drauf aus dem Zahnbelag. Wie mein lieber YouTube-Kollege. Letztes Mal Markus immer sagte. Und sagte es Vergangenheitsform. Sagt er immer noch. Ja, auf YouTube sind wir alle Kollegen. Das ist meine Einstellung. Egal wie groß. Auf YouTube sollte man nicht Konkurrent sein. Sondern Kollegen. Und weiter kämpfen. So. Hier haben wir so ein Niobra. Oder wie man die ausspricht. Ein Brandstempel. Stempel ist zur Tode. Na rum. Ach man. Das hat mir mehr erhofft. Oh. Ich hasse diese Kämpfe. Wie ich die hasse. Diese Kämpfe. Los. Das schaffen wir doch heute. Das schaffen wir doch in diesem Part. Ein Teilerfolg hier. Heute in diesem Part hinkriegen. Ja, so schön. Was zum. Was haben die für Attacken hier. Das ist halt wirklich die Top 4. Die besten Trainer des Landes. Das merkt man dann auch. In Mark und Bein hier. Mittlerweile bei mir. Ich schüttere mich hier in Mark und Bein. Das zu sehen. Die sind wirklich nicht. Von schlechten Eltern hier. Die Trainer. Die haben besser trainiert als ich. So, hau rein Ben. Ich sagte, hau rein. Psychokinesen natürlich kann ja auch noch Psychokineser. Äh, die meine ich. Alles klar. Nee, nee, ist klar. Alter, hab ich ja was. Ich hab Schieß. ein beleber psychokineser ja ist klar dass der sofort hinten über ist was soll denn das hier werden einer stärker als der andere ok ich habe es jetzt tatsächlich als leichte gegner erinnerung zumindest die ersten hier die auf der rechten seite das heißt die anderen sind stärker die auf der linken seite ist also stärker vielleicht habe ich bei dem ersten durchspielen auch mein pokémon team ein bisschen trainiert nicht psychokinese nicht psychokinese ach so schande der misst hier dampfalzer komm macht's alle psychokinese ist asozial ich habe keine weiteren pokémon ich habe nur noch wenn 54 so eine neue attacke oder sowas nein natürlich nicht oha singvolvora das sieht gefährlich aus sieht gefährlich aus für meinen ben das kann wahrscheinlich auch psychokinese wieso sollte es nicht können psychokinese natürlich kann es psychokinese und das ist sehr effektiv hier im kampf gegen meinen ben und weiter über tank weiter 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 komm du schaffst das komm du schaffst das ben machbar ist machbar ich weiß dass du das schaffen kannst so jetzt auch eng was war effektiv gegen den ich glaube nur feiert hatte müsste es gewesen sein luftschnitt zum blick abgewehrt ich weiß nicht wie stark das gewesen wäre ok ich sag mal lieber nix psychokinese ich bin am arsch okidoki auch mal wenn man und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach egal, haut rein an Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020